Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Video hier bei Beepart Gaming und eben gerade ist das Team of the Year zur Abstimmung freigegeben worden und dementsprechend mache ich das jetzt hier mit euch zusammen. Wir schauen auf die Nominierten und wählen dann entsprechend mein persönliches Team of the Year. Ja, es sind elf Spieler zu wählen, es gibt dann glaube ich auch noch vielleicht einen zwölften Mann, so war es ja die letzten Jahre und wir fangen jetzt an mit der Toyota Position. Ich muss das nochmal kurz so arrangieren, dass ihr das auch entsprechend seht und hier sehen wir dann jetzt quasi die Auswahl an Spielern zum Toyota und das sind sieben Stück und ich glaube, wenn man hier so drauf schaut, da kann man eigentlich nur zwischen zwei Spielern eigentlich wirklich auswählen. Das ist entweder nach meiner Einschätzung Mondrand da oder Radetzky. Beide wirklich extrem starke Saisons gespielt. Ich sehe persönlich Radetzky da nochmal ein bisschen weiter vorne und entsprechend ist er dann mein Mann, den ich auf die Toyota Position setze. Weiter geht es dann mit den Verteidigern. Dort sind schon mal ein paar Namen, die einem ins Gesicht springen, wo man sagt, ja definitiv sehr, sehr stark. Ist halt die Frage, wie man es bei der Viererkette macht. Man könnte theoretisch auch nur Außenverteidiger nehmen, weil da gibt es ja doch schon ein paar auch sehr interessante Kandidaten. Ich persönlich sage ganz ehrlich, führt kein Weg an Ginter vorbei in der Entverteidigung. Wenn man dann nochmal so schaut, ja, sind ein paar Spieler dabei, da fragt man sich schon ganz ehrlich, was sie da jetzt auch dann in der Auswahl zu suchen haben. Amavi, klar, habe ich jetzt eben gerade beim ersten Mal übersehen, denke ich eigentlich auch außer Frage. Ähnlich eigentlich auch bei Acerbi, weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich den auch jetzt nicht schon direkt reingezogen habe, weil, klar, also, es ist logisch, Acerbi in der Innenverteidigung zum Team of the Year. Und jetzt fragt man sich, ja, rechte Verteidigerposition, man könnte es jetzt noch irgendwie anders lösen. Ich schaue nochmal kurz, wer mich da jetzt irgendwie so am meisten irgendwie überzeugt hat. Ich denke, man sollte noch die Frey reinnehmen und dann kann man, glaube ich, einfach auch das so rummachen. So, das ist dann quasi, ganz ehrlich, bei der, wenn man das mal sich vorstellt, bei dieser Viererkette und dann noch mit dem Torhüter, wer soll da durchkommen? Wer soll da durchkommen? Es ist klar, das sind einfach die besten Spieler entsprechend auf das Jahr betrachtet. Kommen wir zum Mittelfeld und ich wäre auch persönlich auch ganz interessiert, wie ihr abstimmt, wer für euch persönlich im Team of the Year anzusiedeln ist. Kommen wir zum Mittelfeld und auch hier wirklich ein paar sehr, sehr interessante Kandidaten dabei. Ich glaube, auch hier wieder, also, die Bundesliga grundsätzlich sehr, sehr stark vertreten. Wirklich eine schöne Auswahl auch an Spielern aus der Bundesliga. Mit Stindl macht man da auf jeden Fall nichts verkehrt. Gosens, auch eine super gute Saison gespielt. Klar, das wird dann vielleicht ein bisschen offensiv im Mittelfeld, aber ich glaube, die Spieler, die haben die Qualität, um das auch dann entsprechend zu kompensieren. Und ja, jetzt ist halt noch die Frage, wer kann das irgendwie noch gut ergänzen? Ich glaube, letztendlich, wenn man die beiden schon gesetzt hat, da kann man eigentlich fast jeden hinstellen. Aber man will ja die Besten wählen, man will ja das beste Team hinstellen, die die besten Leistungen abgeliefert haben. Die sind hier nominiert. Und ja, also nehmt es auch nicht persönlich. Wenn ich da jetzt vielleicht irgendwie einen Spieler, den ihr da vorne seht, nicht nehme, ist auch immer irgendwo dann auch eine persönliche Vorliebe, wo man dann auch nochmal eher so ein Auge drauf gehabt hat. Ich tue mich gerade schwer, aber ich glaube, Fekir ist dann doch derjenige, der es hier am meisten verdient hat. Stürmerposition. Da wird es besonders interessant. Da sind große Namen dabei, wirklich ganz, ganz große Namen dabei. Und dementsprechend fällt mir dann auch die Auswahl schwer. Wir schauen nochmal so ein bisschen drüber. Aber ich glaube, wenn man jetzt hier mal so schaut, ich glaube, da ist dann auch schon, ist einfach klar, in welche Richtung es geht. Nämlich, da darf man natürlich nicht übersehen, André Silva. Den Spieler von Frankfurt, der ist klar, natürlich vorne in der Sturmspitze gesetzt. Caputo auch mega starke Saison oder mega starkes Jahr. Das ist ja so die richtige Formulierung. Und jetzt ist halt noch die Frage, Graylish, Danny Ings oder doch Joselou? Das ist eng. Das ist wirklich ein sehr, sehr enges Rennen. Ich entscheide mich hier persönlich für Joselou, den wir ja auch noch aus der Bundesliga kennen. Und das ist dann jetzt an der Stelle meine Wahl zum Team of the Year. Das sind die Nominierten, die man hier noch sieht. Also da bin ich auch persönlich interessant, wen ihr dort nehmt, wen ihr vorne seht. Und das ist jetzt hier meine Wahl für das Team of the Year. Und ich glaube jetzt, ja, ich schicke das nicht ab. Also das ist zwar Spaß, ein bisschen rumzutrollen oder es ist spaßig, ein bisschen rumzutrollen, aber allen Ernstes. Ich werde dieses Team of the Year nicht abschicken. Ich werde auch kein anderes voten. Man kann anscheinend auch mehrfach voten. Ich bin ein bisschen fassungslos. Ich musste mich eben zwischendurch auch ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht angefangen habe, lauthals zu lachen. Aber es tut mir leid, ich bin ein bisschen schockiert über die Auswahl dieser Spieler. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe nicht sonderlich viel Ahnung von Fußball, weil ich persönlich nicht viel Fußball schaue. Es gibt viele von euch richtige Freaks, die schauen tagtäglich in Fußball und sind einfach up to date und voll informiert. Ich bin es persönlich nicht, dennoch weiß ich es, dass das, was hier teilweise zur Auswahl steht, nicht die besten Spieler sind, die hier eigentlich nominiert sein sollten. Mal komplett außen vor, dass die vielleicht eh nicht dann gevotet werden, weil das habe ich auch eben gerade auf Twitter gelesen, dass jemand meinte, ja, Thomas Müller würde doch eh nicht gewählt werden. Darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, dass sie die besten Spieler zur Auswahl stehen. Und es ist natürlich allen voran, sage ich ganz ehrlich, bei Bayern, ich finde es echt sehr, sehr frech, dass kein Thomas Müller nominiert ist, kein Goretzka, kein Alaba, kein Nabry. Das ist einfach frech und ich finde es, und darauf muss man es wahrscheinlich zurückführen, dass man sagt, okay, Bayern hat eine Partnerschaft mit PES und deswegen sind dann solche Spieler von Bayern nicht hier entsprechend nominiert. Das ist die einfachste Erklärung, weil anders ist es nicht zu erklären, dass der Champions League Sieger, der auch die nationale Meisterschaft gewonnen hat, plus den nationalen Pokal, dass dann von dem Verein so wenig Spieler hier zur Auswahl stehen und dafür dann solche anderen Spieler, die ich jetzt hier reingezogen habe. Ja, und das, ganz ehrlich, ich persönlich finde das ein bisschen schwach. Und entsprechend drücke ich das hier auch einfach mal so aus. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem unterhalten. Ich wollte das jetzt mal hier so spontan loswerden. Wie gesagt, ich werde an der Stelle nicht abboten, nicht mit dem Team und auch dann mit keinem anderen. Und mal schauen, wie ihr es persönlich handhabt. Ich freue mich natürlich trotzdem auf das Team of the Year. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe ein paar Packs angespart, die werde ich aufmachen und die werdet ihr dann sehen. Wie gesagt, da freue ich mich auch persönlich drauf und gucke einfach, was dabei rumkommt. Und ihr könnt ja selber schauen, wie ihr es persönlich für euch handhabt. Das war einfach meine Einschätzung dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es auch gut unterhalten. Das war es von meiner Seite. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.